Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, vorher 7, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 8973, Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels 1, Click- und Coldwalking. Hinweis auf den Antrag der Fraktion der Piraten, das ist die Drucksache 8973, wurde gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe b unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung vorliegt. Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales liegt in Drucksache 13045 vor. Und noch ein weiterer Hinweis auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90 die Grünen und Piraten, das ist die Drucksache 13081, eröffne die Aussprache und erteile für die SPD-Fraktion der Frau Kollegin Spanier-Obhamann das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Das hat man ja schon im Titel des Antrages gehört. Das sind Stichworte einer Arbeitswelt, um die es in diesem Antrag geht. Microworking, Collective Knowledge, Creative Content, Marktplätze, Clickworking und vieles mehr. All das sind Formen des Crowdworking und unter dem Begriff Click and Crowdworking versteht man Projekte, die von Unternehmen in einzelne Arbeitsaufgaben, sogenannte Microtasks, zerlegt. Und das ist neu, über das Internet eine Konkurrenz zwischen den Beschäftigten weltweit sieben Tage, 24 Stunden am Tag schaffen. Die Crowdworker sind also eine Vielzahl voneinander unabhängiger, quasi anonym arbeitender Beschäftigter, die sich online um Aufträge bewerben. Ein Paradebeispiel der Digitalisierung der Arbeitswelt. Wie in den meisten Bereichen existieren aber auch hier sowohl Licht- als auch Schattenseiten. Besonders die Kreativbranche und die Start-up-Unternehmen profitieren durch das Crowdworking von der kreativen Power der Crowd. Die Möglichkeiten und Ressourcen, sie sind beinahe unbegrenzt. Allerdings besteht die Gefahr, dass Unternehmen sich die Masse der Crowd und die weitgehende Anonymität zunutze machen und sozialversicherungspflichtige Jobs durch Microtasks ersetzen. Auch ist nicht wirklich klar, welchen Daten, Gesundheits-, Rechts- und Eigentumsschutz die Arbeiten und Daten der Crowdworker unterliegen, da diese über unterschiedlichste Plattformen angeworben und angeboten werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Crowdworking wurden in der Rechtsprechung bislang nur ansatzweise beleuchtet. Weder das Arbeits- noch das Sozialversicherungsrecht sind auf die Besonderheiten des Click-and-Crowdworking eingestellt. Crowdworking hat das Potenzial, die Arbeitswelt erheblich zu verändern und tut dies teilweise auch schon, aber das Potenzial, das es birgt, darf nicht zu einer Ausbeutung 4.0 werden. Ist ja doch ein bisschen laut, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also im Moment stört es mir. Okay, Frau Abgeordnete, dafür habe ich volles Verständnis. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der wichtige Gespräche führen möchte, der möchte die dann möglichst außerhalb des Plenarsaals führen. Bitteschön. Sollten Unternehmen massenhaft auf die Arbeitskraft der Crowd und der Community zurückgreifen, muss auch sichergestellt werden, dass die Arbeit mit geltendem Recht vereinbar ist und die Arbeitnehmer entsprechend entlohnt werden. Ansonsten haben wir mit den Click-and-Crowdworkern eine weitere Gruppe, die prekär beschäftigt sein wird. Grenzenlose Vernetzung von freien Kapazitäten und Ressourcen darf nicht zu einer grenzenlosen Ausnutzung von Humankapital führen. Nach meiner Erfahrung ist diese Arbeitswelt schon fast am Punkt der maximalen Flexibilität angekommen, die von Unternehmen oft gefordert, doch von Menschen oft aus der Not gewählt wird. Ich persönlich habe über 25 Jahre in einem ähnlichen Bereich gearbeitet und weiß, Menschen brauchen Anker, um nicht diese maximale Flexibilität zu erleben, denn sie macht sie krank. An der Stelle haben wir als Gesetzgeber dafür zu sorgen, dass wir Pflöcke einschlagen und Grenzen setzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem gemeinsamen Antrag wird ein wichtiger Aspekt im Rahmen der digitalisierten Arbeitswelt angesprochen, den wir im politischen Fokus behalten müssen. Die SPD-Fraktion stimmt daher dem Entschließungsantrag zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Spalier-Oppermann. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Preuß. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Digitalisierung der Arbeitswelt wird unsere beruflichen Tätigkeiten nachhaltig beeinflussen. Die bereits bestehende Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft wird durch die Digitalisierung weiter fortgesetzt. Der digitale Wandel läuft im globalen Maßstab ab und bringt selbst weit entfernte Regionen und Personen in engen Kontakt miteinander. Dies hat zur Folge, dass der weltweite Wettbewerb sowie internationale Arbeitsteilung zunehmen wird. Eine Arbeitsteilung bis ins Kleinste. Sowohl in den Büros als auch in den Fabriken wird die digitale Arbeit immer mehr zum Standard. Knapp ein Viertel der Produktion in Deutschland läuft heute bereits voll oder hochautomatisiert ab. Dieser Wandel bietet für Unternehmen im technologiestarken Deutschland viele Chancen. Industrie 4.0 mit ihren neuen Produktionswelten ermöglicht Produktivitätssteigerungen, mehr Kundennähe und bietet zum Beispiel dem Maschinen- oder Automobilbau große Exportchancen. Darüber hinaus ermöglicht der digitale Arbeitswandel vermehrt Arbeitsmodelle wie die Telearbeit und neue Arbeitsformen. Während die Arbeit in der Fabrik meist zeit- und ortsgebunden ist, können viele Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten mit digitalen Arbeitsmitteln potenziell von jedem Ort aus und zu jeder Zeit ausgeübt werden. Dies bietet neue Freiräume für ein stärkeres, selbstbestimmtes Arbeiten und verbesserte Möglichkeiten, Arbeit, Familie und Freizeit flexibler nach den individuellen Bedürfnissen auszubalancieren. Und das hat auch die Anhörung zu diesem Thema im Ausschuss sehr deutlich ergeben. Diese Entwicklung kann aber auch zu einer zeitlichen und räumlichen Entgrenzung von Arbeit führen. Sie wird nicht mehr während der üblichen Kernarbeitszeiten der Unternehmen erbracht, sondern auch am Abend oder am Wochenende. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. In Zukunft wird die Erledigung der Aufgabe im Vordergrund stehen. Was bedeutet dies für die bekannten Arbeitsmodelle, wenn Aufträge im Internet vergeben werden, sich mehrere Beteiligte daran machen, diese gemeinsam virtuell zu erledigen und das auch noch in unterschiedlichen Zusammensetzungen? Die CDU-Landtagsfraktion sieht in der Digitalisierung der Arbeitswelt eine Herausforderung und eine Entwicklung, die man aktiv beeinflussen kann und beeinflussen muss. Sie bietet Chancen auf Wohlstand und qualifizierte Arbeit, birgt aber auch Herausforderungen für die Beschäftigten und für die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen. Durch die Digitalisierung werden sich Tätigkeitsfelder und Berufsfelder verändern. Es ist Aufgabe der Politik, die damit verbundenen Veränderungsprozesse im Interesse der Menschen zu begleiten und die richtigen Rahmenbedingungen durch Maßnahmen im Bereich der Arbeitswelt, des Rechts, der Infrastruktur sowie der Bildungsangebote zu setzen. Mobile Arbeit oder grenzüberschreitende Telearbeit müssen durch entsprechende angepasste und flexible arbeitsrechtliche Regelungen flankiert werden. Allerdings sollte man auch nicht den Fehler machen und versuchen, vorauseilen, Dinge zu regulieren, die noch gar nicht zu fassen sind. Der Minister Schmelzer hat eben bei dem vorherigen Tagesordnungspunkt sehr deutlich gemacht, dass sich die Auswirkungen der Digitalisierung noch nicht fassen lassen. Und er hat sehr deutlich darauf hingewiesen, dass auf Bundesebene das Thema bereits intensiv diskutiert wird. Im April des vergangenen Jahres startete der große durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales angestoßene Dialogarbeiten 4.0. Der Dialog soll Ende 2016 mit einem Weißbuch seinen Abschluss finden. Meine Damen und Herren, das ist auch der Grund, warum wir derzeit keine Notwendigkeit sehen, eine Studie zum Thema Click- und Code-Working in Nordrhein-Westfalen durchzuführen, wie es in dem Antrag der Piratenfraktion und jetzt auch in dem Entschließungsantrag gefordert wird. Stattdessen sollten unserer Ansicht nach zunächst die Ergebnisse des Dialogs in Ruhe abgewartet werden und ausgewertet werden, um dann in einem nächsten Schritt nach möglichen Handlungsoptionen zu suchen. Deshalb lehnen wir die Anträge heute ab. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Preuß. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Kollegin Maaßen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wirtschaft und Gesellschaft durchlaufen derzeit grundlegende und richtungsweisende Veränderungen. Die Digitalisierung wirkt sich schon heute auf unser Leben aus. Auf die Art, wie wir kommunizieren, wie wir uns informieren, wie wir produzieren und konsumieren. Bisher erfolgreiche Geschäftsmodelle verlieren ihre Grundlage. Völlig neue Produktionsweisen und Vermarktungskonzepte entstehen und entwickeln sich weiter. Noch kann niemand sagen, wie unsere Arbeitswelt zukünftig genau aussehen wird. Vieles spricht aber dafür, dass sie kommunikativer, vernetzter, flexibler und technologischer sicher sein wird als je zuvor. Den Umbruch, in dem wir uns durch die Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung befinden, den müssen wir gestalten und den müssen wir auch politisch gestalten. Dabei müssen die Interessen der Beschäftigten und der Wirtschaft in ein ausgewogenes Verhältnis gesetzt werden. Die Digitalisierung stellt uns vor neue Herausforderungen. Sie kann dauernde Verfügbarkeit und Mehrarbeit erzeugen. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, abhängiger und selbstständiger Tätigkeit, sowie zwischen Selbstbestimmung und Selbstausbeutung verschwimmen. Viele Menschen versuchen ihr Glück als Selbstständige in der digitalen Wirtschaft. Sie sind dabei oft nicht ausreichend gegen Arbeitslosigkeit, Alter und Krankheit abgesichert. Avantgarde trifft Prekariat und oft ist beides zugleich. Die Rolle von Online-Plattformen für Dienstleistungen muss politisch und rechtlich diskutiert werden. Online-Plattformen müssen sich ihrer Verantwortung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der Mitbestimmung und der Entlohnung der vermittelten Dienstleistungen stellen. Die Digitalisierung birgt das Risiko der Entgrenzung von Arbeit. Es treten immer häufiger Selbstständige als sogenannte Cloud, Crowd oder Clickworker auf. Hierdurch wird globales Arbeiten möglich. Unternehmen können auf der ganzen Welt Menschen beschäftigen. Arbeitnehmerinnen als Selbstständige können auf der ganzen Welt Arbeitsaufträge über das Internet annehmen und ausführen. Es fehlt jedoch eine durchschaubare Gehaltsstruktur. Es fehlen Arbeitnehmerinnenrechte. Es fehlt der Sozialversicherungsschutz. Und deshalb begrüßen wir Grünen es ausgehend auf einem Antrag der Piraten, dass wir uns hier in Nordrhein-Westfalen des Themas annehmen und eine Studie in Auftrag geben. Und ich bedauere es, dass die CDU-Fraktion da nicht mit aufspringen konnte, denn wir sind uns fachlich einig und es wäre gut, wenn wir gemeinsam diese Studie in Auftrag gegeben hätten. Schade, dass Sie da nicht mitmachen. Wir wollen mit dieser Studie wissen, in welchem Umfang Click- und Crowdworking in NRW praktiziert wird, welche Chancen dies für unseren Arbeitsmarkt in NRW bietet und aber auch, wie man den Risiken entgegenwirken kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Maaßen. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Schneider. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt ähnlich grundlegend verändern wie viele andere Lebensbereiche. Wir sind auf dem Weg zur Industrie 4.0, zu neuen Formen der Produktion. Wir erleben neuartige Dienstleistungen und die Verlagerung von Wertschöpfung in die digitale Welt. Die digitale Arbeitswelt oder Arbeit 4.0 ist daher sicher ein Megathema, sowohl für die betroffenen Beschäftigten wie auch für die Gesellschaft insgesamt. Wir sehen dabei aber vor allem die Chancen dieser Entwicklung, ganz im Gegensatz zu SPD, Grünen und Piraten, die vorrangig die Risiken betonen. Und wir wollen nicht nur relativ einfache Tätigkeit im Crowd- und Clickworking betrachten. Sicher gibt es diese Aufteilung von simplen Prozessen in kleinteilige Arbeitsschritte, die mit wenigen Klicks zu bearbeiten sind und keine besonderen Qualifikationen erfordern. Wir dürfen aber nicht vernachlässigen, dass dies auch Einstiegschancen für Menschen bietet, die bisher nur schwer einen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt gefunden haben. Darüber hinaus können sich so zum Beispiel Studenten auch ohne großen Aufwand etwas hinzuverdienen. Herr Fuß von der IG Metall hat in der Anhörung gerade auf diese Chancen hingewiesen. Crowdworking besteht aber ebenso auf Aufträgen, die für die Bearbeitung komplexer Problemlösungen und spezielles Fachwissen erfordern und entsprechend honoriert werden. In der digitalen Arbeitswelt entstehen viele hochqualifizierte und spezialisierte Tätigkeitsfelder, wie zum Beispiel bei der Entwicklung von Apps oder auch bei der Erstellung von anspruchsvollen, ansprechenden Inhalten. Aus liberaler Sicht bietet die digitale Arbeitswelt Menschen mehr Chancen, selbstbestimmend zu arbeiten, sich die Arbeitszeit und Organisationen selber einzuteilen. Dies kann auch zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit, Familie, Weiterbildung und Freizeit beitragen. In der Anhörung hat das Frau Falkenberg schön am eigenen Beispiel beschrieben. Ich zitiere, ich profitiere sehr davon, ortsunabhängig und zeitunabhängig arbeiten zu können. Ich genieße es, dass ich, wenn eine meiner Töchter krank ist, vielleicht abends oder am Wochenende nacharbeiten kann. Zitat Ende. Wir dürfen natürlich die Gefahren nicht übersehen, wenn Einnahmen aus Crowd- und Glückworking nicht ausreichen, um neben dem Lebensunterhalt auch eine Absicherung im Krankheitsfall oder für das Alter zu finanzieren. Doch Ihre Antwort hier ist zu einfach. Der vorliegende Entschließungsantrag stellt zwar zunächst wissenschaftliche Untersuchungen in den Vordergrund, fordert aber letztendlich vor allem neue bundesgesetzliche Regulierungen. In der Konsequenz zielen sie darauf ab, selbstständige Tätigkeiten zu regulieren und einzuschränken und möglichst in abhängige Beschäftigungsverhältnisse zu überführen. Wollen das aber die betroffenen Menschen überhaupt? Wollen sich alle diese Crowd- und Glückworker überhaupt in eine abhängige Beschäftigung zwängen lassen? Oder nicht viel lieber selbstständig tätig bleiben? Und auf einen weiteren Aspekt wurde auch in der Anhörung hingewiesen. Wenn Tätigkeiten für entsprechende Plattformen mit einer Pflicht zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen verbunden werden, dann wird dies bei einer globalen Auftragsvergabe zum Nachteil deutscher Auftragnehmer. So werden Click- und Crowdworker in unserem Land entweder gar keine Aufträge mehr erhalten oder ihnen wird deutlich weniger vom Honorar überbleiben. Diese zunehmende Regulierung und Einschränkung von Selbstständigen und neuen Arbeitsformen ist aber nicht nur in diesem Antrag zu finden. Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze stellt unter anderem das Schlagwort der Bekämpfung vermeintlichen Missbrauchs von Werkverträgen, Solo-Selbstständigen unter Generalverdacht, wenn Einzelunternehmer, wenn gerade auch Freelancer im IT-Bereich zu Scheinselbstständigen erklärt werden sollen. Wir werden uns diesen Tendenzen auch weiterhin entgegenstellen. Wir wollen nicht, dass unter dem Schlagwort des digitalen Arbeitswandels immer mehr reguliert wird, dass versucht wird, selbstständige Tätigkeiten zurückzudrängen. Wir treten hingegen für eine Stärkung der Gründungskultur und für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Selbstständige ein. Wir wollen so die Chancen der neuen digitalen Arbeitswelt für mehr Freiheit und für mehr Menschen nutzen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. Für die Piraten spricht der Kollege Sommer. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und im Stream. Wir haben jetzt hier schon einiges über Click-and-Crowdworking gehört. Inhaltlich hat die Kollegin Spanier Oppermann das hervorragend zusammengefasst, finde ich. Ich möchte jetzt gerne noch mal auf den Grundantrag zurückkommen, den wir gestellt haben, wir Piraten hier. Es geht hier um Click-and-Crowdworking, um Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels. Und beides zu beleuchten ist das Wichtige. Das eine rauszustellen und das andere zu vergessen, wird dem Problem halt nicht gerecht. Auf der einen Seite gibt es mehr Freiheit, mehr Flexibilität. Und ich sehe das übrigens auch als Chance, mehr Eigenverantwortung. Und auch die Einstiegshürden für die Aufnahme von Arbeit werden tatsächlich gesenkt, wenn man das richtig anpackt. Auf der anderen Seite können wir uns aber auch schon mal anschauen, wie es in den Märkten läuft, in den Click-and-Crowdworking schon einen ziemlichen Anteil haben, zum Beispiel in den USA. Da leben im Endeffekt schon fast 30 Millionen Menschen, von dieser Methodik arbeiten zu können. Und da sieht man sehr, sehr deutlich, dass die Stundenlöhne sehr stark nach unten gehen, dass die da eh schon kaum vorhandenen Sozialabgaben noch weniger gezahlt werden. Dazu kommt noch, dass wir das gleiche Problem haben wie bei vielen internationalen Verflechtungen. Wo findet die Arbeit statt? Wo findet die Entlohnung statt? Wo findet die Entlohnung statt? Wo müssen Steuern und Abgaben abgeführt werden? Wenn ein Unternehmen in Irland sitzt und hier jemanden beschäftigt, der digital für sie arbeitet, wie regeln wir das, wo welche Steuern und Sozialabgaben gezahlt werden? Und das sind alles ungeklärte Dinge. Und liebe Susi Schneider, ja, auch da werden wir hinterher mit einem Zwang hinterlegt werden müssen, verschiedene Dinge. Den Zwang, sich am Sozialsystem zu beteiligen, den Zwang, da Steuern zu bezahlen, wo Gewinne anfallen. Und diesen Zwang, den möchte ich immer wieder gerne durchsetzen. Und sich hier hinzustellen und für die Sozialschmarotze am oberen Ende der Einkommensecke hier Freiheit einzufordern, das ist nicht richtig. Benennen wir es mal ganz deutlich. Diese Freiheit, die von der FDP immer genannt wird, ist die Freiheit, der reichen Menschen da Steuern hinterziehen zu können, wo sie es überhaupt machen können. Und das ist widerlich. Das braucht man nicht, das braucht ein Sozialstaat nicht. Und das ist wirklich überflüssig. So, kommen wir noch mal zu den Chancen und Risiken zurück. Es gibt wirklich viele Chancen. Und die liegen nicht nur in der Flexibilisierung, sondern auch tatsächlich darin, dass sich Menschen hier verwirklichen können. Das ist ein Punkt, den die Digitalisierung der Arbeit mit sich bringt. Und das ist hervorragend. Wir dürfen aber halt auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir jetzt schon Scheinselbstständigkeit und Werkvertragsarbeitnehmer haben, die tatsächlich ausgebeutet werden. Wenn wir das eins zu eins in die digitale Arbeitswelt mit rübernehmen, machen wir hier als Volksvertreter unseren Job definitiv falsch. Und deshalb ist es richtig und gut, dass wir hier erforschen lassen, welche Leitplanken für unsere Gesellschaft sinnvoll sind. Und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass wir Rot-Grün und Piraten gemeinsam einen Entschließungsantrag entwickeln konnten und uns darauf einigen konnten, das zu erforschen. Weil das ist dringend, dringend notwendig. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell diese Entwicklung vorangehen wird. Wir reden jetzt über Click-and-Crowdworking, Chancen digitaler Arbeitswandel Part 1. Wenn man sich jetzt weiter anschaut, wie das noch aktuell schon viel weitergegangen ist. In der Zeit, in der wir uns hier beschäftigt haben mit dem Thema, geht es zum Beispiel jetzt, ich nenne mal ein Beispiel, Bitcoin sagt Ihnen eventuell was. Ein Zahlungssystem jenseits nationaler Kontrollmechanismen. Kann man noch drüber scherzen, ist bis jetzt ein Fall für Nerds, für Leute, die sich damit in der Tiefe beschäftigen wollen. Aktuell möchten UBS und andere Großbanken dieses Zahlungssystem als Zahlungssystem zwischen Großbanken ohne nationale Kontrolle weiterentwickeln. Und das wird eine Umwälzung, die uns alle noch richtig hart treffen wird, wenn wir solche digitalen Dinge nicht endlich auf die Agenda setzen. Und Kollege Preuß, Hinweis auf die Bundesebene, schön und gut. Sprechen Sie mal mit Journalisten, die versuchen, in Bundestagsfraktionen kompetente Ansprechpartner zum Thema zu finden. Die werden regelmäßig da abgewiesen. Das ist nicht schön. Das muss besser werden. Und deshalb werden wir dieses Thema immer und immer wieder hier auf die Agenda setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Als nächstes hat sich gemeldet der fraktionslose Kollege Daniel Schwert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und hinter den Bildschirmen. Wenn der Hyperkapitalismus auf die Digitalisierung trifft, entstehen neue Formen von Lohnarbeit, Formen des Click-and-crowd-Workings. Plattformen für die Vermittlung von Mikro-Arbeitspaketen ermöglichen einen neuen, weltweiten Wettbewerb der Arbeitnehmer untereinander. Crowdworker verkaufen als formal Selbstständige ihre Arbeitskraft, wobei grundsätzlich der zum Zuge kommt, der das zum niedrigsten Preis tut. Das ist gnadenlos und global. Es entsteht ein neues digitales Prekariat ohne soziale Absicherung, ohne Arbeitnehmerrechte, ohne eigene Interessenvertretung, ohne Gewerkschaft. In Amazons Mechanical Turk zum Beispiel entscheiden die Auftraggeber, ob sie mit der Leistung der Arbeitnehmer zufrieden sind. Wenn nicht, dann zahlen sie einfach nichts. Sie vergeben Aufträge an mehrere zugleich und bezahlen nur den besten. Und selbst auf deutschen Crowdworking-Plattformen, so kommt man oft nur auf Stundenlöhne von drei oder vier Euro, so wird berichtet. Offizielle Statistiken gibt es keine. Man kann nicht so tun, als dürfe man die sozialen Errungenschaften hier nicht durchsetzen, die in vielen Jahren des Arbeitskampfes und des gewerkschaftlichen Bemühens erreicht worden sind. Nein, man muss sie sogar durchsetzen. Natürlich müssen Mindestlöhne auch hier gelten, sonst verschwindet bald die gesamte Arbeit in solche Erwerbsformen. Und der Mindestlohn ist eine schöne Erinnerung ohne praktische Relevanz. Natürlich muss es auch hier eine vernünftige Alters- und Krankenversorgung geben. Natürlich müssen Auftragnehmer den Auftraggebern auf Augenhöhe begegnen dürfen. Da ist der Gesetzgeber gefragt, notwendige Rahmenbedingungen durchzusetzen. Da sind auch die Gewerkschaften gefragt, eine neue digitale Vernetzung dieser Arbeitnehmer zu organisieren. Wie das alles genau gehen soll, das ist oft noch unklar. Da ist wissenschaftliche Begleitung nötig. Wir brauchen auch verlässliche Statistiken. Click- und Crowdworking hat nicht nur Nachteile. Es bietet ja auch Chancen. Es schafft ganz neue Arbeitsmöglichkeiten. Es kann Arbeit zu denjenigen bringen, die bislang keine Möglichkeit hatten, sie anzunehmen. Etwa, weil sie alleinerziehend sind, weil sie nicht mobil sind. Es ist eine Chance für Geringqualifizierte. Die Übernahme solcher Arbeitspakete ist ja meist nicht an Voraussetzungen gebunden. Es bietet eine Möglichkeit, sich erst im Kleinen an neue Aufgaben heranzuwagen. Und es erlaubt einen großen Grad individueller Freiheit, was Arbeitszeiten und Arbeitsorte angeht. Das Ganze muss eben fair ablaufen. Wir leben in einem Sozialstaat. Und wir haben soziale Verantwortung auch für den Rest der Welt. Wir haben gewisse Standards durchzusetzen. Das soll dann bitte auch getan werden. Rechtsfreie Arbeitsräume sollten wir uns nicht leisten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwerth. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Schmelzer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. In den Beratungen zu diesem Antrag konnten wir einiges über Click und Crowdwording schon working lernen, insbesondere, dass es den Clickworker nicht gibt. Je nachdem, um welche Auftragsform es sich handelt, findet sich der Clickworker in ganz unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Einkommenssituationen wieder. Es gibt zum Beispiel den Studenten, der zwischendrin aus Spaß seiner Freude mal eben die Öffnungszeiten seiner Stammkneipe überbrieft. Es gibt das Designbüro, für das die Online-Plattformen nur eine alternative Form der Akquise von Aufträgen darstellen. Und es gibt die Reinigungskraft, die zu niedrigster Bezahlung von Auftrag zu Auftrag durch die Stadt hetzt. Wir haben es also eben nicht mit einem Phänomen, sondern eigentlich mit einem ganzen Bündel zu tun, von Nebenerwerb über Projektarbeit bis hin zum modernen Tagelöhner-Tum. Auch wenn wir uns einig sind, dass wir aller Voraussicht nach die Regelungen zur sozialen Absicherung weiterentwickeln müssen, ebenso wie die zum Arbeitsschutz oder zur Mitbestimmung, sogar die Experten tun sich schwer, konkrete Vorschläge zu machen, wie Click- und Crowdworking in unsere soziale Marktwirtschaft eingebunden werden kann. Das Thema führte erst kürzlich sogar zum Eklat auf dem Juristentag hier in Nordrhein-Westfalen. Aus Verärgerung unter anderem über Beschlussvorschläge zu Schutzrechten von Crowdworkern blieb ein Teil der Teilnehmenden den Abstimmungen fern. Unter diesen Voraussetzungen halte ich es zurzeit für verfrüht, Gesetzesinitiativen und Regelungsvorschläge schon jetzt auf den Weg zu bringen. Es ist noch nicht ersichtlich, welches Ausmaß und welche tatsächliche Wirkung das Phänomen des Crowdworking hat, geschweige denn haben wird. Es fehlen eben noch Erkenntnisse, die als Grundlage für allgemeine Regelungen herangezogen werden könnten. Einfache Lösungen wie den Mindestlohn auf Selbstständige anzuwenden, wird es nicht geben. Die grundlegenden Pfeiler unseres Wirtschaftssystems wie die Vertragsfreiheit müssen unangetastet bleiben. Darüber hinaus sollte vermieden werden, für jede Beschäftigtengruppe auch eigene Gesetze zu machen. Möglicherweise sollte die Soloselbstständigkeit insgesamt kritisch in den Blick genommen werden. Außerdem sind Clickworker nicht die einzige Herausforderung, die sich uns im Rahmen der Digitalisierung der Arbeitswelt stellt. Gerade die Anträge der Piraten halten uns dies allerdings immer wieder vor Augen. Deshalb halte ich es einerseits für richtig, wie im Antrag gefordert, mehr Informationen zum Umfang von Click und Crowdworking zu den Auswirkungen und die Arbeitsbedingungen einzuholen und weitere wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. Andererseits bin ich allerdings der Auffassung, dass die Herausforderungen der Digitalisierung in der Arbeitswelt umfassender angegangen werden müssen. Herr Kollege Preuß, Sie haben eben noch einmal die Initiativen der Bundesregierung dankenswerterweise angesprochen. Aber auch die Initiativen der Landesregierung dürfen wir hier nicht vergessen. Da habe ich auch im letzten Tagesordnungspunkt schon darauf hingewiesen. Mit der Allianz Wirtschaft und Arbeit 4.0, in der die Spitzen der Sozialpartner, die Landesregierung vertreten durch den Wirtschaftsminister Garel Tön, die Wissenschaftsministerin Svenja Schulze und meiner Person als Arbeitsminister und eben die Wissenschaft vertreten sind, werden wir deshalb Transparenz über die Entwicklung, Chancen und Risiken sowie mögliche Konsequenzen zu der Digitalisierung von Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft herstellen. Wir werden die Sozialpartner, die betrieblichen Verantwortlichen, die Beschäftigten und fachlich ausgewiesene Institutionen konsequent an diesem Prozess beteiligen und die Herausforderungen, Veränderungsprozesse und notwendige Regulierungen demokratisch gestalten. Wir müssen gemeinsam die digitale Arbeitswelt gestalten, um zu vermeiden, dass eben Insellösungen die Arbeitswelt weiter auseinander treiben und unterschiedliche Auffassungen unversöhnlich gegenüberstehen bleiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Schmelzer. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir kommen damit zur Abstimmung. Wir stimmen ab erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten, das ist die Drucksache 8973. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales empfiehlt in Drucksache 13045, den Antrag 8973 abzulehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Antrag, die Drucksache 8973 selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Vielen Dank. Damit ist die Beschlussempfehlung. Damit ist der Antrag abgelehnt. Zustimmung der Fraktion der Piraten, des fraktionslosen Abgeordneten Schwert, bei Ablehnung von SPD, CDU, Fraktion Bündnis 90, die Grünen und der FDP-Fraktion. Ich rufe auf zweitens die Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion von SPD, Bündnis 90, die Grünen und der Piraten. Das ist die Drucksache 13081. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist der Entschließungsantrag Drucksache 13081 angenommen, mit Stimmen von SPD, Bündnis 90, die Grünen, der Fraktion der Piraten, des fraktionslosen Abgeordneten Schwert, bei Ablehnung der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7 vor.